Capture 6 Abyss Sitzen wir unter Wasser. Natürlich speichern. Hallo Fisch! Ich bin's, ein merkwürdiges Kind. Dieses Geräusch, als ob irgendwas laufen tut. Ich kann nicht mal mit den Fischen irgendwas machen. Okay. Ach, da geht's weiter. Ähm, das wird immer merkwürdiger hier. Was ist denn das? Okay. Da schwimmt jemand! Ähm... Da ist vorhin ein leicht... ...geschwommen. Ähm... Hey, der war doch erst im Wasser! Laternenfisch... Keine Ahnung, was das ist. Ich will auch da lang gehen. Oh! Da unten ist der große Fisch. Hi! Ich kann nichts machen. Das heißt, wir werden gleich gefressen von dem Loch. Hey! Was ist das? Da waren wir weg! Hm! Da waren wir das Mittagessen von einem Riesenfisch! Schon wieder im Bett. Irgendwie... Ich weiß auch nicht... Das Spiel hat da irgendwas an sich... Man kann nicht aufhören zu spielen. Hm... Und wieder diese beruhigende, ängstliche Melodie. So, jetzt wird alles rot. Das bedeutet nichts Gutes. Ualalalalala... Irgendwas mit großen Bizepsmuskeln. Interessant! Und noch irgendwas mit der linken Hand. Und was... Irgendwas fässt ihm an die Schulter, während er schläft. Der schläft doch gar nicht. Der hat doch Spaß mit sich selbst. Ja, gut. Was soll ich dazu sagen? Auf Wiedersehen!